Guten Tag und herzlich willkommen. Dieses Video heißt Stärken von Säuren und Basen. Das Video gehört zur Reihe Säuren und Basen. Als Vorkenntnisse solltet ihr die Säure-Base-Definition nach Brönstedt beherrschen und anwenden können. Ihr solltet auch gut vertraut sein mit dem Begriff der konjugierten Säure-Base-Paare. Ziel des Videos ist es, Verständnis für die Säure-Konstante, die Basen-Konstante, den PKS-Wert, den PKB-Wert und den Zusammenhang mit den Stärken von Säuren und Basen zu entwickeln. Das Video ist in vier Abschnitte unterteilt. 1. Säure-Konstante und Basen-Konstante 2. PKS-Wert und PKB-Wert 3. PKS-Wert und PKB-Wert hängen zusammen 4. PKS-Wert einiger Säure-Base-Paare 1. Säure-Konstante und Basen-Konstante Betrachten wir zunächst die Dissoziation einer Säure-HA in wässriger Lösung. Dann stehen die Teilchen HA der Säure mit den Wasserteilchen im Gleichgewicht mit den Hydronium-Ionen und den An-Ionen A-. Eine Base B soll in wässriger Lösung gegenüber Wasserteilchen als Elektronen-Akzeptor wirken. Dann stehen die Teilchen der Base B mit den Wasserteilchen im Gleichgewicht mit den protonierten Baserteilchen BH-Plus und den Hydroxid-Ionen OH-. Beide Gleichgewichtsreaktionen Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com www.sofatutor.com Gute Bildung zu Hause Gute Bildung und